Willkommen zu Feuzy FEDERAL. Das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter aus dem legendären Café FEDERAL direkt gegenüber dem Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Feuzy. Mein Gast heute ist Rainer Eichenberger, Professor für Finanzwissenschaften der Uni Freiburg. Und er hat sich Gedanken gemacht über die Altersvorsorge, wie man sie könnte, wie man sie reformieren müsste. Und das wollen wir mit ihm besprechen, weil die Altersvorsorge wird das grosse Thema in der zweiten Hälfte dieser Legislatur. Es sind ein paar Vorstöße und ein paar Gesetze im Parlament hängig. Und er ist der Meinung, man könnte das noch ganz anders anpacken. Bis dann nehmen wir aber noch einen Schluck Weissen. Darf ich bitten, ich habe einen Spanier ausgelesen, einen knackigen, frischen Spanier mit einer lustigen Etikette. El Gordo heisst der Dicke. Und auf der Etikette hat es genau so einen. Gut, wunderbar. Schön, dass du da bist. Merci vielmals. Danke für die Einladung. Sehr frisch und fröhlich. So wie frisch und fröhlich wie viele junge gebliebene ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die, wir wissen es wegen der längeren Lebenserwartung, sollten länger arbeiten. Und es gibt im Parlament eine riesige Diskussion, wo ist genau das Rentenalter, das heute ziemlich fixe, nicht flexible Rentenalter. Du hast einen völlig anderen Vorschlag. Warum und wieso? Also erst einmal denke ich mit einfacher HV. Das Problem der Alterung ist nicht das Zeug, das heute im Parlament mit der Finanzstabilität der AHV gesprochen wird. Sonst ist einfach eine simple Rechnung. Die Menschen leben länger und sie wollen länger konsumieren, weil wir bleiben ja alle, also die alle bleiben relativ fit. Und das heisst, die wollen auch viel konsumieren. Und wenn sie Pflege brauchen, braucht es auch jemanden, der arbeitet. Das heisst, wir haben immer mehr Leute eigentlich, die konsumieren. Also müssen wir auch mehr arbeiten. Es geht einfach nicht auf, sonst müssen wir einen grossen Kuchen haben, dass alle noch irgendein Rechtsstück bekommen. Und das Entscheidende heisst einfach, wir müssen die Leute in den Arbeitsmarkt integrieren. Es geht nicht, dass Leute nur bis 60 oder 65 arbeiten. Aber nachher, ja, wenn man mal 65 ist, hat man Lebenserwartung 86. Ja, das nach 21 Jahren nichts machen. Und das ist die Frage, wie man das könnte. Und die Antwort ist eigentlich ganz so simple. Was wir heute da machen, dumm schieben, ja 60 oder dann 66 und alle dann nachher nur 67. Ja, genau. Und dann liegt das steigende Alpbar ja, also ja, angepasst an die Lebenserwartung. Das löst unser Problem nicht. Sondern die Leute müssen länger arbeiten und dann überlegen, wieso arbeiten sie jetzt nicht. Und die Antwort ist, weil sie nicht die richtigen Anreize haben. Und das heisst nicht, man muss die Arbeit subventionieren, sondern überlegen, wieso arbeiten sie nochmal nicht. Und die Antwort ist, ah, weil sie total nach Strich und Faden behindert werden. Wieso? Das heutige System ist, wenn du länger schaffst, wird es ja zusammengezählt mit der Renten, die man hat. Und das heisst, also das Lohneinkommen. Genau, das Lohneinkommen, das Arbeitseinkommen plus das Renteneinkommen. Das heisst auch Leute, die moderate Einkommen haben. Also Mittelstand. Ja, genau so. Ja, ja, wie man vorhin 100.000 verdient hat, was auch. Wenn man dann eine Rente hat plus noch das Arbeitseinkommen kommt man in eine ganz andere Steuerklasse, als man vorhin war. Und das heisst... Was heisst das? Wie viel Prozent? Also je nach Kanton natürlich. Schnell 30 bis 40 Prozent ist man richtig gerechnet. Und da kommt es drauf an, zählt man die AHV mit. Die AHV ist natürlich sowieso nichts anderes als ein Steuer, wenn man sowieso schon im AHV-Alter ist. Also von dem her ist einfach die Steuerbelastung enorm. Und das zweite, und das ist ganz wichtig, das unterschätzt man völlig, Alte reagieren viel stärker auf die Steuer. Das sagen es natürlich alle nicht, wenn man sie so plumpfreit. Aber der Witz ist, ein Alte, ein Rentner oder jemand im Rentenalter hat sehr gute Alternativen zum Schaffen. Wenn er findet, das wird ihm zu viel wegnommen, dann sagt er, ja gut, dann bin ich Rentner. Und ein Rentner ist sehr nahgesehen. Ich habe keine Lust mehr. Genau. Ich will nicht mehr 100.000 verdienen, wenn ich 50 davon abliefern muss. Genau. Hingegen ein junger Mann kann wegen der Steuer nicht einfach sagen, ich höre auf zu schaffen. Das ist ein sozialer Druck. Weil er keine Rente hat. Genau. Und weil er keine Rente hat. Das heisst einfach, darum reagieren die Eltern sehr viel stärker. Und da muss man schauen, dass man diese Steuer runterbringt. Und das zweite ist natürlich, dass man irgendwie eine Flexibilisierung hat. Bei der Renten, dass es Lust macht, um die Renten aufzuschieben, ist ein zweiter Aspekt. Heute macht es keine Lust, die Renten aufzuschieben. Wenn du die Renten aufschiebst, das heutige Modell, gibt versicherungsmathematisch eigentlich nachher einen richtigen, also wenn du schaffst und die Renten aufschiebst, kannst du nachher ein Zuschlag über auf die Rentenspälte. Genau. Aber das ist wahnsinnig unattraktiv, weil bis du break-even bist, also bis du das Geld, das du nicht hast, weil du die Renten aufschiebst, schon nur das wieder reinholst, musst du 86 werden. Weil die Renten ist noch etwa. Zuerst hast du zwei Jahre, so lange du schiebst gar keine Rente. Und nachher hast du eine leicht höhere Rente. Und das braucht halt die normale Lebenserwartung mit 65 und 86, bis man break-even ist. Die, die älter werden als die normale Lebenserwartung, die profitieren vom Rentenaufschub. Die anderen aber nicht. Und das weisst du nicht? Ja, erstens weisst du das nicht. Und zweitens ist einfach, wenn man jungen Leute sagt, arbeiten jetzt doch einmal, den Lohn kommt ihr in 20 Jahren über. Das sagt jeder, die haben dann mal. Hingegen der Rentner sagen wir das. Schaffen jetzt doch mal länger und dann kommt ihr nachher den Lohn ab 86 über. Ein total lächerliches Modell. Und die Lösung ist furchtbar einfach. Die Leute, die sagen, ich will die erst später Rentenaufschub machen, denen musst du doch sofort irgendeinen Nachlass geben. Und das Einfachste ist, wenn jemand so mit 55 oder vorher oder nachher sagt, ja, ich will die erste mit 67 in Rente. Das heißt, ah, in dem Fall haben sie jetzt schon ab den 55 einen Nachlass auf den Beitrag gesetzt. Dann wird sofort attraktiv aufgeschieben. Also sofort Gratifikation. Nicht erst, wenn jetzt eben einer sagt, ja, ich schiebe auf mit 55. Also ich komme erst mit 86 in den Lohn. Unmachbar. Aber es muss ja dann schon die Rechnung, also alles versichert. Ach, das ist richtig gerechnet, klar. Oder weil der HV macht heute, wenn man rein ins Umlageverfahren nimmt, einen Milliarden Verlust im Monat, oder? Es wird noch quersubventioniert durch Steuern. Es muss am Schluss, müssen wir schon auch das Ding stabilisieren? Genau. Wird man das dann schaffen? Genau. Jetzt muss man immer aufpassen. Seitdem ich bis jetzt gesagt habe, ist ja mal einfach finanzmässig auf den ersten Blick neutral. Es ist aber an der Finanzmässigung nicht neutral. Das sieht man aber nicht, weil im Hintergrund ja stattfindet. Die Leute arbeiten länger. Das heisst unser grundsätzliches gesellschaftliches Problem. Mehr Konsum, weil wir älter werden, nicht mehr Arbeit, wird gelöst, weil die Leute mehr arbeiten. Und das muss ich jetzt da nicht erklären. Das wird nachher durch viele verschiedene Überwälzungsprozesse in den Arbeitsmärkten auf die Löhne und dann auf Produktpreise überwälzt. Einfach am Schluss, wenn man sagt, je mehr Leute arbeiten, desto grösser wird der Kuchen, die wir zum Teil haben, bleibt für alle mehr übrig. Der zweite Aspekt ist, wenn die Leute länger arbeiten, zahlen sie ja nicht nur mehr in die AHV und in die Renten ein, sondern sie zahlen auch mehr in die Steuern. Und heute, bis jetzt, bei allen bisherigen Reformen, die wir hatten, hat der Staat einfach das Geld eingesteckt. Ich meine, die ganzen Frauenrentenalter von 62 auf 64, da ist ein kleiner Teil von dem, was die Frauen zusätzlich geleistet haben, ist in die Renten nicht gerechnet worden. Also das die AHV-Beiträge, aber die zusätzlichen Steuern, die sie gezahlt haben, ist alles zum Staat gegangen, hat die Staatsquote erhöht. Und darum ist immer eben eine vernünftige Rentenreform aus meiner Seite. Das erste ist ein Aufschubmodell, das sofort Gratifikation gibt, der tiefer Beitragssetze. Das zweite wäre nachher immer noch länger gearbeitet, der sollte noch tiefer in Arbeitseinkommenssteuer haben. Und das dritte ist das Geld, das dann zusätzlich zum Staat kommt. Das muss nicht beim Staat bleiben für allgemeine Staatsausgaben, sondern das muss in die AHV fliessen. Aber jetzt sehe ich sofort, da kommt der Einwand. Ja, was ist denn mit denen, die das nicht können oder nicht wollen? Die gehen ja dann leer aus, die profitieren von diesem System nicht. Nein, genau. Jetzt muss man es so bei der strikte vergleichen. Mit der Alternative wäre eine Rentenalterhöchung allgemein. Für alle, ja. Da können die, die nicht länger arbeiten können, angeblich oder wirklich, die leiden massiv. Denen wird auch für die Rente gekürzt. Die müssen nachher, die haben nach neuen Referenzalter 67 oder so, durchheben oder krank werden, aber die leiden wirklich. Weil das ist ein Zwangsmodell. Wenn man das Referenzalter hinaufschiebt, dann sind die, die bisher mit 63 aufhören mussten, und wenn das Referenzalter 67 wird, die leiden einfach. Also das ist, um zu erklären, das ist auch das Modell der Renteninitiative? Genau, das ist alles. Alle die, die generell darüber nachdenken, wie kann man das Rentenalter erhöhen, bis jetzt immer irgendwie das Referenzalter, irgendeinen Zwang eingeführt. Hingegen bei dem Modell, das ich jetzt charakterisiert habe, ist alles problemlos freiwillig. Ich meine, die, die bisher gleich viel arbeiten wie bisher, die haben keinerlei zuerst mal einen Nachteil. Sie machen einfach so weiter wie bisher. Das ist ja nur eine Steuersenkung für die, die länger arbeiten. Für die, die so arbeiten wie bisher, keinerlei Impact zuerst, aber nachher überall die Kreislauf-Effekte. eben wenn die anderen oder viele andere länger arbeiten, durch das der Kuchen, der gesellschaftliche Kuchen grösser wird. Die bleiben für alle grössere Stücke. Und das Finanzgegenstück, jetzt was passiert, eben ist, wenn die dann auch mehr arbeiten, mehr Steuern zahlen, durch das geht das in die AHV, die AHV wird stabilisiert. Und das nützt dann schlussendlich auch denen, die einfach so weiter arbeiten wie bisher. Weil es stabiler ist. Aber die haben keinen Vorteil. Doch, die haben am Schluss den Vorteil, dass das System stabilisiert wird, ohne dass sie länger arbeiten müssen. Die können weiter machen wie bisher. Die haben keinerlei Nachteil. Also ich vertrete das gerne, schlussendlich bei anderen Vorschlägen, was jetzt einer von diesen Vorschlägen und ich wirklich überzeugt bin, es gibt niemanden, der verliert. Es ist win, win, win. Es gewinnen alle. Aber das funktioniert ja nur, wenn du, also zum stabiler machen System, müssen ja die, die eben länger arbeiten und mehr einzahlen und so, du kannst denen ja nicht alles als Vorteil und Anreize geben. Du musst ja auch noch ein Loch stopfen. Nein, die arbeiten eben länger. Der Witz ist, es wird ja mehr gearbeitet. Es entsteht wegen der Steuereinnahme sozusagen. Ja, es entsteht mehr Arbeit. Und auch wenn die nur halb so viele Steuern zahlen wie vorher. Also für die arbeiten über 65 wird wahnsinnig attraktiv. Und durch das werden die Firmen natürlich schnell Modelle entwickeln für Leute, die länger arbeiten wollen. Sie werden es mühsen, weil es nachgefragt wird? Ja, sie werden es mühsen, weil es nachgefragt wird. Aber auch es wird super attraktiv. Dann kannst du den älteren Leuten sagen, komm, die können bei uns. Wir geben euch 10% Reduktion der Arbeitslast, ein bisschen Flexibilität. Wir bekommen etwas wie Jokertag. Und wir zahlen euch ein bisschen weniger oder 10% weniger. Ist extrem attraktiv für die Alte, weil dank der Steuerentlastung, die sie haben, auf der Arbeitssteuer, haben sie netto mehr als sie vorher mit mehr Arbeit. Aber sie zahlen zusätzlich Steuern. Der Staat kommt nicht weniger rüber. Es kommt mehr zum Staat. Oder eben dann, wenn es den Staat weiter gibt, zur AAV. Das heisst, durch die mehr Arbeit einerseits für die Gesellschaft real entlastet, der Kuchen wird grösser. Und das Finanzspiegelbild ist, sie zahlen zusätzliche Abgaben. Das heisst, es ist Win-Win-Win. Wenn ich jetzt politökonomisch denke, oder vom Parlament her, habe ich wirklich den Eindruck, das ist ein wahnsinniges Schlachtfeld. Das von diesem Rentenalter und die Debatte über 67 oder so. Und zwar für beide Seiten. Rechts macht man das unbedingt. Das müssen wir jetzt erzielen und wir müssen siegen. Und links ist klar, das gehört zu ihrer Marke, dass sie dagegen sind. Das Referendum ist schon angekündigt und eine Initiative und so weiter. Und es will halt niemand. Du wirst ja diese Schlacht umgehen. Oder unnötig machen. Genau. Ich meine, jetzt kann man immer sagen, das Dolya-Modell ist ja auch, es ist problemlos kombinierbar mit einer Rentenaltererhöhung. Jetzt nochmal, eine normale Rentenaltererhöhung, wie in allen Furchtungen, entweder jetzt mal 65 für Mann und Frau. Das ist das, was jetzt im Moment drin ist. Genau. Und dann 66 oder 67 für alle. In einem zweiten Schritt. Bloß nachher stufenweise Erhöhung, wenn die Lebenserwartungen steigen. Das löst alle das Problem nicht, dass die Leute nachher nicht länger arbeiten als die offizielle Arbeitszeit. Und man kommt der Erhöhung von der Lebenserwartung praktisch nicht nachher. Man muss sehen, wie schnell die geht. Das ist heute auch noch. Pro sieben Jahre ist das ein Jahr. Also da muss man... Alle sieben Jahre steigt die Lebenserwartung um ein Jahr? Ja, ein Jahr bei Geburt. Und das heisst, man muss massiv rauffahren. Und das ist ja nachher eigentlich auch verrückt, wenn man einfach dann der Tolle gewinnt, dass man länger lebt, dann noch etwas vorgibt. Da muss man arbeiten. Sondern die Freiheiten muss man doch den Leuten lassen. Wie sie wollen die Zeit einsetzen? Für das braucht es ein freiheitliches Modell. Wenn man dann sehen würde, das reicht nicht. Jetzt mit halber Anreize alles stabilisieren, dann kann man immer noch das Referenzalter etwas rauf tun. Aber es ist völlig klar, es braucht eine solche Art der Flexibilisierung, wenn ich es vorschläge. Weil rein das Reltenalter generell erhöhen, löst einfach unser Problem nicht. Unser Problem ist, es gibt Leute, die topfit sind, die extrem konsumieren, über den 65 oder 67. auch nicht arbeiten, obwohl sie gerne arbeiten würden. Aber dann sagen sie, ich meine, mit diesen hohen Steuern und mit diesen hohen Abgaben lassen sie nicht arbeiten. Wie sieht es aus? Gleichzeitig läuft ja eine Revision der beruflichen Vorsorge. Würde dieses Modell dort auch funktionieren? Ja, das würde auch funktionieren. Aber dort ist ja die entscheidende Frage der Umwarnungssatz. Genau, der könnte die Rentenkasse dann selber bestimmen. Aber in dem Moment, wo man wirklich sieht, dass es immer entscheidend ist, dass die Leute, die länger arbeiten wollen, müssen ja das können, glaube ich, oder auch der Arbeitgeber signalisieren. Und die Arbeitgeber müssen wissen, die Chance, dass wirklich die Leute länger arbeiten wollen, ist gross. Weil entscheidend ist, dass in diese Leute noch investiert wird. Wo wir heute ein bisschen das Problem haben, heisst sie, die 60-Jährigen finden ja gar keinen Steuern mehr. Genau, das ist ein wichtiges Argument. Aber das ist natürlich nur, weil die haben noch fünf Jahre Restlaufzeit praktisch und entscheidend für das, wie gut man auch im Job ist, und wie leicht man es stellt findet, ist nicht eigentlich das biologische Alter. Das spielt dann auch noch eine Rolle. Ich meine, klar, über hunderte schaffen wir, nur noch wenige sehr aktiv. Aber sonst entscheidend, viel mehr als biologische Alter, ist die Restlaufzeit, bis zur Pensionierung. Stellen wir uns vor, ein 30-Jähriger bewirbt sich, an eine Stelle wird eingeladen und dann sagt er zum Arbeitgeber, ja ganz gleich, ob du mein absoluter Traumarbeitgeber bist und auch ganz gleich, ob ich dein absoluter Traummitarbeiter bin. Ich gehe sowieso spätestens in fünf Jahren. Auf eine zehnjährige Weltreise oder so. Ja genau, der kommt auch keine Stelle über. Das zeigt einfach, die Restlaufzeit ist entscheidend. Und genau mit dem, jetzt mit dieser verrückten Aussage treten im Prinzip 60-Jährige Arbeitssuche. Oder müssen sie heute? Ja, müssen sie. Arbeitgeber das sagen. Und der Arbeitgeber weiss ja, ich meine, es ist sowieso im Erwartungswert nicht fünf Jahre, sondern es ist drei Jahre, weil viele noch irgendwie aus einem Grund nach und auch noch früher pensioniert werden. Also und vielleicht doch nochmal den Job wechseln und sich selbstständig machen vor der Pensionierung, weil sie irgendwie ihre Chancen nutzen wollen. Das heisst, die Leute haben ein riesiges Problem heutzutage. Und darum muss man auch flexibilisieren, dass die Arbeitgeber wissen. Aber es ist ein Problem, das der Staat verursacht und die Wirtschaft verursacht. Ja, natürlich. Nein, nicht. Genau. Und in dem Moment aber, wenn das offen ist, vor allem auch von der AHV her, dann sind all diese Signale viel glaubwürdiger. Und durch das eben, vor allem mit dem Steuermodell, dann wissen die Unternehmen, ja jetzt lohnt es sich für die alten weiter zu schaffen. Und da wollen viele weiter zu schaffen. Und das heisst, es lohnt sich sofort für die Firmen, eben Modelle zu entwickeln. Weiterbildung von Alten ist eine andere als Weiterbildung von Jungen. Dann, wie hat man Alte im Job? Ich denke schon, ein bisschen mehr Freiheiten geben. Ich will vielleicht auch mal auf die Enkel schauen. Also vielleicht in der Hierarchie auch eine andere Position. Ja, genau. In einem Stab oder in einem Projekt oder so. Und es lohnt sich nochmal umzupolen. Ich meine auch, sogar die Leute, die sagen, die sind ausgelutscht mit mit 60 und so körperlich. Das ist natürlich nur, also erstens, darüber reden, wir haben dazu auch eine interessante Studie gemacht, aber erstens stimmt es häufig nicht. Und zweitens, dort wo es stimmt, hätte man natürlich mit 55 oder 50 schauen, kann man die Leute nicht anders einsetzen. Weil wenn man weiss, als Unternehmen, ja die können wir noch länger nutzen, über 60 aus, dann lohnt es sich auch die anderen einzusetzen und Modelle zu entwickeln, wie man die Leute sinnvoll einsetzen kann. Weil man weiss, die gehen sowieso, das sind Bauarbeiter, die wir untersucht haben. Was bewirkt, wenn man das Pensionierungsalter wie bei den Bauarbeiter von 65 auf 60 senkt? Dann sieht man etwas Dramatisches und das ist, dass die Leute zwischen 55 und 60 werden kränker. Die sind häufiger, wie hast du das gefunden? Das ist eine grosse Studie, die ich mit Frau Ann Bauer gemacht habe, früher eine Mitarbeiterin von mir, wo man das wunderschöne praktisch natürliche Experiment hat in der Schweiz. Man hat alle Männer mit 65 pensioniert und dann ist um 2000 bei den Bauarbeiter gesenkt auf 60 in Stufen relativ schnell und da kann man wunderbar den vergleichen. Bauarbeiter mit gleich qualifizierten Leuten in anderen Branchen oder ähnlich wie möglich Qualifizierten und man kann Bauarbeiter, die es besonders trifft, also Leute, die die Pensionierung besonders trifft, mit 55 bis 60, wo die Pensionierung nahe ist, vergleichen mit jungen Bauarbeiter. Wie verändert sich dann ihr Krankheitsbild, dann ihre Arbeitsfähigkeit verglichen mit anderen Bauarbeiter und nicht Bauarbeiter. Und da kommt raus, es gibt einen massiven Einbruch von der Gesundheit. Und dann haben wir es auch nachher im Rentenalter untersucht, wie zieht sich das fort? Und auch dort zeigt sich die Leute, die früher pensioniert sind, haben im Alter dann wenigstens zehn Jahre lang mehr Rückenweh und fühlen sich weniger gut. Das wächst sich dann aus nach 20 Jahren. Das ist jetzt mit Peer-Review-Prozess und alles, also trotz Corona Peer-Review. Gut. Du hast vorhin gesagt, mit 55 oder so verpflichtet man sich bis länger zu arbeiten. Ja, verpflichtet man sich nicht, weil darum kann ich ja nicht sagen, ich arbeite garantiert. Das wäre meine Frage. Mit 60 weisst ja nicht, ob mit 65 du sagst, es ist trotzdem irgendwie nicht möglich. Dann hast du aber steuermässig, hast du vielleicht profitiert, musst du dir die Summe geben. Eine ganz praktische Frage. Das einfachste Modell ist, man sagt, für mich praktisch gilt, für mich individuell will ich ein Referenzalter 67. Und wenn du dann mit 65 gehst, dann ist es eine frühe Pensionierung gegenüber 67. Also du hast ein gewisses zusätzliches Risiko, wenn du früher gehst, wenn du dann trotzdem mit 63 gehst, hast du ein zusätzliches Risiko. Aber das heisst sozusagen, wie du, also jede Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin setzt ihr eigenes Referenzrentenalter fest und sagt, jawohl, ich habe vor mit 67 und dann profitiere ich davon und wenn ich früher gehe, habe ich den Abzug. Das wird sich dann auch wieder ausgleichen, denke ich, oder? Ich denke, wenn man das rechtzeitig darauf einstellen kann, das ist ja ganz wichtig, dass man das kann sich darauf einstellen. Natürlich ist es auch immer Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber, wo man sagt, ah, der will ich länger arbeiten. Das ist klasse. Der Signalisierte, ja. Und dann lohnt es sich auch für den Arbeitgeber mit diesen Leuten entsprechend umgehen. Was denn die Arbeitgeber genau für Modelle entwickeln, ob das Modelle sind, wo sie jetzt zum Beispiel bei Jungen schon machen, dass sie die Ausbildung zum Teil zahlen, dann vielleicht eine Selbstbeteiligung, falls man dann trotzdem aufhört. Das ist dann der Arbeitgeber überlag. Ich meine, da kann man sich sehr vieles vorstellen. Aber eben einfach... Das ist auch ein Wettbewerb wird es dort geben. Ja, genau. Einfach das Potenzial von den Leuten über 65 ist so gross, dass es einfach gar kein grosses Problem gibt. Und wichtig ist, dass es mal klar ist, dass man länger arbeiten kann, dass die Anreize da sind, dass glaubwürdige ist eben und nicht einfach die Alte müssen sagen, ja, es lohnt sich einfach nicht zum Schaffen. Aber das Problem von deinem Ansatz ist, dass du das Alter völlig anders anschaust. als die Mehrheit, also fast alle im Parlament und auch in der Verwaltung und so. Für die ist das Alter ein Problem, eine schwere Last und so. Und es... Ich meine, es gibt auch Leute, wo das so ist, ohne Zweifel. Genau. Und... Aber du schaust es anders und sagst, hey, es ist ein Geschenk. Genau. Und ich denke... Wo würdest du das aufsetzen? Was sind Zahlen und Fakten und Erkenntnisse? Das ist mal das Entscheidende, also das völlig unterschiedliche Bild vom Alter. Und das Zweite ist eben, das ist viel zu... Ich will es nicht sagen, für den Normalparlamentarier, aber im Prinzip, dass eben der Finanzschleier, das wir drangehen. Aber jetzt 20 Jahre haben wir nur über so gesprochen. Weisst du, es ist auch... Das versteht Stabilität nachher vom AHV-System, gleichzeitig von der Pensionskasse. Der Finanzschleier macht immer alles kompensiert. Was meinst du mit dem Finanzschleier? Das wir... Wir müssen das Reale drunter anschauen. Wichtig ist, dass die Leute, wenn wir mehr Leute haben, die konsumieren, müssen wir mehr Leute haben, die arbeiten. Und wenn mehr Leute arbeiten... Und wenn mehr Leute arbeiten... Ja, genau. Das ist auch so ein Witz. Ich meine das immer... Also der Herr Berset, muss man sagen, man kann in anderem loben, da kann man nicht loben, der immer sagt, es gibt einfach gar keinen Arbeitsplatz für Alte. Gleichzeitig gibt es Personenfreizügigkeit, weil die Arztwirtschaft ist angewiesen auf die Fachkräfte. Also ich meine, das ist eine Lachnummer. Und das ist nicht so. Ich meine, je mehr Leute arbeiten in einer Gesellschaft, desto besser ist es für alle. Und je mehr Alte arbeiten, desto mehr Arbeitsplätze gibt es für Junge. Das ist wieder so ein Paradox, den die meisten nicht nachvollziehen können. Ja, in der Politik ist es genau umgekehrt. Das heisst, wenn die Eltern früher, also vor allem auf der linken Seite, gehen doch früher, machen Platz, warum stimmt das nicht? Das ist Quatsch. Manchmal muss man Kraftwörter brauchen. Das ist Quatsch und das ist noch ein schwaches Kraftwort dafür. Erstens mal, man muss einfach umschauen in die Welt. Welche Länder haben die Probleme mit den Jungen in den Arbeitsmarkt bringen? Sind es die, die Alten gut nutzen oder relativ hohe Arbeitsbeteiligungsquote haben? Oder die, die tief haben? Nein, es sind natürlich die, die Alten schon gut integriert sind in den Arbeitsmarkt. Da kommen die Jungen viel leichter rein. der einfache Punkt ist, je mehr die Alten integriert sind, desto weniger brauchen wir ja Umverteilungsmodelle, die von denen, die arbeiten zu denen, die nicht arbeiten. Das heisst, die, die arbeiten, muss man dann weniger belasten. Und durch das werden einfach Arbeitsstellen für die Unternehmer attraktiver Arbeitsstellen für die Jungen zu machen. Das zweite ist immer, der Kuchen ist natürlich nicht fix. Das ist erst recht nicht fix für ein Land in der Schweiz, das im Wettbewerb international ist. Je besser wir unsere schwachen integrieren in den Arbeitsmarkt, desto grössere Entlastung ist es für die anderen. Und eben, desto konkurrenzfähiger werden wir international. Wir können einfach, wenn die Alten arbeiten, müssen wir sie nicht unterstützen durch Umverteilung. Das heisst, Arbeit wird attraktiver in der Schweiz. Das heisst, es lohnt sich für, und alle Firmen international praktisch, lohnt es sich, in der Schweiz mehr Arbeitsplätze zu machen, die dann auch für die Jungen da sind. Es ist wirklich keine Konkurrenz. Und ich meine, schon nur, wenn man das sieht, würde ja immer heisst, zusätzliche Leute würden ja dann auch Arbeitsplätze nehmen. Und das wissen wir, also die Arbeitslosigkeit hat nun wirklich nichts zu tun, mit dem, wie grosses Land ist. Das heisst einfach, mehr Leute heisst nicht, dass das irgendjemand nach den Arbeitsplätzen nimmt. Du hast es vorhin gesagt, ich meine, sehr oft ist halt so, Wirtschaft wird als starres System verstanden, und das ist es noch nie gewesen. Es ist ein extrem bewegliches System. Es ist ja, muss man mal alle die Konjunkturforscher fragen, die sich immer wieder den Nebent prognostizieren, weil sie genau die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit nicht sehen. Und ich meine, die Schweiz ist, wissen wir, ist eine Vollbeschäftigungswirtschaft und, also gewesen bis jetzt, wo wir noch nicht so viele flankierende Massnahmen hatten, ist eine Vollbeschäftigungswirtschaft auch unter der verrücktesten Schock, nach kurzer Zeit wieder Vollbeschäftigung im Sinn gemacht hat, dass wir irgendwo eineinhalb bis drei Prozent Arbeitslose haben. aber die Vorstellung, wenn wir dann neue Jobs machen, werden ja nicht einfach als erstes Mal die eineinhalb bis drei Prozent dargestellt. Das ist natürliche Anführungszeichen, natürliche Arbeitslosigkeit, natürliche Prozesse, aber die grosse Menge von Arbeitskräften, finden in einem flexiblen Arbeitsmarkt einen Job. Die Arbeit arbeitet sich selber, weil wenn die Leute arbeiten, ja, blöd gesagt, sie gehen es auch aus, aber es muss viel mehr im internationalen Wettbewerbsumfeld sein. jeder, der mitschafft, entlastet das Gesamtsystem und macht Arbeit für die anderen und für die Arbeitgeber. Jetzt hast du, also das Parlament, der Nationalrat, hat jetzt gerade beschlossen, also das Frauenrentenalter auf 65, damit das die Frauen akzeptieren und damit es auch an der Urne durchkommt, gibt man den Frauen ungefähr die Hälfte von dem Geld, das die AHV spart, gibt man den wieder in Form von einem Bonus. Das ist ja auch wieder quer. Also du würdest etwas anderes machen? Nein, ich meine, klar, bei den Frauen kann man darüber reden. Gleichberechtigung und alles. Ich würde vertreten, ja, 65, aber längerfristig. Irgendwie Gleichbehandlung macht es auch einfacher. Aber ich würde sagen, ok, probieren wir doch das Modell aus. 65, Referenzalter in 10 Jahren und Frauen, die vorher schon bis 65 arbeiten, in dem Jahr, in dem 65. Jahr, nur halbe Einkommenssteuer auf dem Arbeitszeit kommen. Ich würde ja abschliessen, dass nach wenigen Jahren die Frauen bis 65 arbeiten. Fast alle, oder? also die, die, die wirklich nicht können. Ja, genau. Und für die ist es nicht schlecht. Die profitieren nachher mit, dass sie mehr arbeiten. Durch das kommt ja auch, wenn sie nur halbe Steuern darauf zahlen müssen. Es kommt ja immerhin. Halbe Steuern kommt bei dem Bund, und ich kann weiter die AHV oder sonst ausgeben. Es gibt einfach sofort eine Entlastung. Das ist alles, was wir machen, immer mit Zwang. Und so. Nein, nicht Zwang und Subventionen, sondern erkennen, wo sind die Behinderungen. Und das ist nachher, als du vorhin gesagt hast, was ist der politische Widerstand. Das ist das Problem. Ich meine, das Modell von mir, und auch mein Denken, sonst baut darauf auf, erst, Arbeit ist nicht eine Sünde und eine Last. Sondern, sehr viele Leute arbeiten gerne nur mit Freude, weil es ihnen sehr viel gibt. Nicht nur sie kommen, sondern ja, die sozialen Kontakte und etwas machen. Und natürlich nicht, ja nicht 24 Stunden arbeiten am Tag. Sinnvoll auch die Zeit einteilen können. Und das Zweite, das dahinter steckt, ist, Steuern sind nicht unbedingt nur etwas Gutes. Steuern haben Kosten. Steuern setzen Anreize, dass die Leute nicht mehr das machen, was sie sonst gerne machen würden. Vielleicht eben nicht mehr arbeiten? Genau. Verschiedenste Arten von negativen Anreizwirkungen. Und da muss man leider konstatieren, es gibt Politiker in der Schweiz, die durchs Leben gehen und durch die Politik mit enormer religiösen Vorstellungen. Über erstens Steuern sind etwas Gutes, ausschliesslich Gutes. Und zweitens eigentliche Schaffensünde und Last. Und wenn man halt so ein verzehrtes Weltbild hat, macht man sonst keine gescheide Politik. Wir haben kein verzehrtes Weltbild, aber dafür noch ein Glas Wein. Vielen Dank, Rainer, für den Besuch. Es ist ein interessantes Modell. Hoffen wir, dass die Politiker dann etwas zuhören. Und sonst machen wir wieder einmal eine Sendung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.